Akaki Gomiya. Super mit den drei Punkten. Das waren wichtige drei Punkte und jetzt kann es so weitergehen. Meine Ziele für die Saison sind, dass wir einfach alle gesund bleiben und das vergleichen Fußballspiel. Der Marcel Hadel hat das schon. Ja, Marcel Hadel mit dem versteht mich gut. Aber ich verstehe mit einigen Ideen in der Mannschaft super. Der Fußball ist eigentlich fast überall gleich, aber ich glaube, wir sind so besondere Fans und das macht es noch besonderer. Ich denke, dass viele Mannschaften jetzt irgendwo mitspielen wollen, weil es auch offener ist dieses Jahr. Und da wollen wir auch mitmischen. Ich denke, dass bei Kiel die Euphorie da ist und die mit einem guten Fußball spielen wollen, haben letztes Wochenende das 2.2 in der letzten Minute geschossen. Und ich denke, dass jetzt dem Umsatzvertrauen nach Berlin kommen werden. Boah. 2.0.